Hallo zusammen, mein Name ist Steve Breitzke. Ich bin als Zeichens der Sommelier im Restaurant der Luft. Unser Haus ist das Sofitel Vienna Stephans Turm. Wir haben seit Dezember, Mitte Dezember geöffnet. Zeichnen mich seit ca. 4 Monaten dafür aus, die Weinkarte zu gestalten. In ca. 400 Positionen, dem Hauptaugenmerk natürlich auf Österreich. Ganz speziell natürlich die Wiener Weine. Ebenso ist der Einschlag natürlich auf Französisch gehaftet. Eine Auswahl an deutschen Gewächsen und etwas natürlich an Überseeweinen. Hauptsächlich, wie gesagt, ist natürlich Österreich der Fokus. Und das ist auch das, was wir natürlich am Besten anbieten.